yo wunderschönen gutenberg meine schwulen spritzer krone ist ja am start und ihr hört es vielleicht ich bin krank und nein wir haben nicht nur 36 dollar drauf ich werde hier während des intros mal ein paar sachen verkaufen ihr kennt ja das format wir haben insgesamt 2400 dollar für zwölf videos bekommen und haben alles ausgegeben verkauft alles ausgegeben verkauft und so weiter schön wäre es natürlich wenn das für ein video wäre ist es nicht es sind 200 dollar pro video was natürlich auch schmackofastisch ist brauchen uns gar nicht beschweren ein paar coole sachen behalten und den rest verkaufer machen wir die kisten auf ja gambling ist natürlich aber 18 nur mikro die übrig habe und ja also acht das wirklich nur mit geld ist übrig habt auf einer seite ist einer denen der viele code eingegeben hat richtig eskaliert er hat über eine halbe million gewettet absolut krank ja ich nehme mal an dass er da dass er da mal reingelackt hat ist im regelfall aber nicht so ich sag mal 70 leute macht minus 30 leute mal ein plus wenn es hochkommt ja aber macht natürlich die wenigsten plus weil man immer mehr will ich kenne es ja auch wenn ich dort spiele oder wenn ich hier spiele oder so man will immer mehr und hat den 100er gewonnen und zahlt den aber nicht aus und dann nimmt diesen 100er weil man ja nochmal 200 gewinnen will da braucht man echt ein klares ziel vor augen und sagen hey wenn ich verdoppelt habe höre ich auf und wenn es weg ist dann ist weg dann lade ich aber auch nicht mehr auf das so der gesündeste weg wenn man es für spaß machen will leider funktioniert das nicht oft und man lädt dann noch mal auf oder oder nimmt seine winnings und spielt dann doch noch mal ein bisschen und so ich kenne selber das sollte euch aber auf jeden fall im hinterkopf bleiben ja jetzt machen wir hier ein paar kisten auf 100 dollar ich bin ich bin so extrem krank ich war wirklich es ist auch das erste video diese woche ich weiß oder in einer woche komplett über silvester und so weiter eigentlich wollten wir mit der clique schön feiern und ja einfach ein bisschen ins neue jahr start neu anfang blub einfach gar nichts von absoluten männerkippe gehabt absolut crazy es ist wie es ist da jetzt haben wir ich kann auch heute nicht arg oder hört sich schon noch heute nicht herum schreien so immer mir glaube ich keine keine riesen case auf ja mein hals ist einfach so gebumst und husten schnupfen ohrenschmerzen alles natürlich auch erst mal kroner test machen gewesen kroner ist es nicht zum glück sogar so ein pcr test gemacht also einen großen arzt und ja silvester dann erstmal schön auf der couch verbracht ihr könnt aber nicht gerne mal ein schreiben was ihr silvester gemacht hat wie gesagt bei mir war es ich kann absolut gar nichts erzählen eigentlich wollten wir was cooles machen mit der clique aus wenn der tacken sehr lecker 110 dollar plus schmeckt dazu kam es aber nicht weil wir einen fernseher abend auf der couch gemacht haben alle komplett krank die kleine krank frau krank ich krank aber wirklich ganz ganz wildes silvester muss ich sagen uns haben die leute aber trotzdem geböllert so also raketen und so sind trotzdem geflogen obwohl man es eigentlich nicht durfte außer glaube ich auf privat und stücken warum hat es jetzt gegangen ist abgezogen hallo warum hängt es jetzt hier auch man kann doch nicht sein hier funktioniert sonst alles auf der seite die öffnet einfach gar nicht perfekt dann würde ich sagen probieren wir mal eine andere case wo wir mal hier die neocase koste 100er funktioniert auch nicht weiter geht's mit dem video wir haben es jetzt abends weil die seite hatte vor nicht funktioniert jetzt sind wir auf jeden fall wieder am start wir haben jetzt auch den uns mit dabei also 11 kann sagen wir haben schon mal profit gemacht irgendeine case ist hier noch aufgegangen die haben wir schon gar nicht mehr gesehen vor weil es gehangen hat die seite und die wirklich keine voran 100er plus gemacht wir waren an der cobra christi dran und werden damit jetzt auf jeden fall weiter machen ich hoffe es geht alles wieder wie gewohnt jetzt vor allem eine stunde später probiert aber da hatten die immer noch ein bisschen probleme ganz ganz selten habe sich erzählt ich war einfach todeskrank und habe auch keine videos gemacht und da die seite die ganze zeit funktioniert wahrscheinlich genau dann wenn ich wieder ein video machen will ist absolut ich habe auch gerade so richtigen druck auf den ohren vom nasen schnäuzen richtig richtig übel dass ich alles so dumm waren 22 dollar und das war doppelter flog einfach einmal was big ist das wäre doch wieder 30 dollar wir haben es schon mal geschafft im kipfel von 2000 levertrauen 200 auf 5000 zu gehen richtige gränger puls die kiste kosten hunderter pro drehung ne die kiste kosten hunderter pro drehung ne hat die könnte die könnte wir haben noch eins bin alle takes ist von spin doch man hey irgendwas vor den vier sachen die hier zum reinbeten sind wenn du die verkaufst kannst du noch mal aufmachen machen wir ich habe angefangen mit 900 irgendwas wenn er mal gucken wo wir gelandet sind bei 600 80 scheiße müssen wir eigentlich einmal so ein dickeres ding riskieren links oder rechts also ist dein ding oder so ach komm kann ja nicht viel schlimmer laufen oder muss ja jetzt auch mal reingehen besser ist auch besser ist auch besser ist auch jetzt werden wir noch 170 im minus haben sonst hast du noch ein noch eins ja dann machen wir nicht weiter oder hätte doch doch kommt ja dann dann links ist da ja mal gucken ob da uns ja auch ein krasser schicke ist heute das wäre beides nichts geworden lol das ist aber fies hat er gar keine chance gewinnen tatsächlich ich weiß auch eine idee lassen wir jetzt ich danke fürs zuschauen wo es wieder reinkommen brauchen noch ein bisschen was für die nächsten videos und rein und bis bei der menschen ciao